Moin Leute, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind zurück mit einer weiteren Folge, wer lacht, verliert, Nilo reagiert. Und zwar haben Unusual Memes ein neues Video rausgebracht. Und genau, ihr könnt zu Hause gerne mitmachen. Wir versuchen während des gesamten Videos nicht zu lachen. Es wird schwer, ich sag's euch. Okay, jetzt noch einmal kurz zusammengerissen und let's go. Let's go. Das klingt ja fast gar nicht fett. Alter! Habt ihr das gesehen? Wie entspannt er ist und im Hintergrund brennt erstmal ne Karre. Das war schon teilweise schwer. Wir gehen weiter. Ich better das. Ja, du kannst es. Was? Noch eine. Noch eine. Hör auf. Er ist gut. Du hast es, bud. Nein, bruh! Im rechten Moment ausgeschaltet, Alter. Simba, Simba, show me them legs. Hä? Warum? Was geht? Sind die besoffen oder was? Schwer. Okay, das war noch kein Lachen. Geht noch. Wow. Nice. Auch nice. Mit dem Schaf, ey. Oh. Oha. Er hat gespart. Oh. Oh, ich seh schon kommen. Au. 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 Ach nein. Ach nein. Ach nein. Ach nein. Oh, oh, oh. Dude, das ist wirklich so loud. What the fuck? Was war das? Ach krass. In so einem Ding war ich auch mal. Was gibt es in Hamburg? Ihre Haare. Ja, Lifehack auf jeden Fall. Wer kennt es nicht? Oha. He? Okay. Okay. Hm. Okay. I seriously just broke I seriously just broke Now what the heck Oh my god Everything fine? No Ah, he died Yeah, I didn't even know the name You're just okay You're busy tonight? Hey, hey, hey Völlig random, right? Oh god Sie eingesperrt oder? Sie eingesperrt oder? Oh Gott. Oh nein! Oha! Mama Geil, ist das ein Waschbär oder ein Hund? Ach ja, okay, die Folge war tatsächlich da war kein harter Lacher dabei, aber es waren ein paar süße Sachen dabei. Hat mir auf jeden Fall gefallen. Ja. Unusual Memes, Leute. Abo dalassen, lohnt sich. Auf jeden Fall bei mir natürlich auch gerne und gerne auch einen Daumen nach oben. Und wenn es euch gefallen hat. Genau, und wenn es euch sehr gefallen hat, dann schaltet auch gerne beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, liebe Leute, gute Nacht und tschüss.